So da, was geht Leute? Jetzt kommen wir wieder zu einem Waffenspiel. Ich hab mir gedacht, ich möchte mal wieder eine Runde Waffenspiel zucken. Und, äh, wenn ich nicht gefragt wurde, aber ich werde das gleich mal beantworten. Ihr werdet euch wahrscheinlich denken, warum mache ich eigentlich noch Black Ops 2 Videos, wenn ich sage, dass ihr eigentlich zur Zeit keinen Bock auf Black Ops 2 habt. Mein Gott, aiming. Äh, weil mir Live-Kommentare Spaß machen und euch macht Spaß, das anzuschauen. Also warum zum Teufel nicht? Es ist nur so, dass ihr halt keinen Bock habt, die ganze Zeit Black Ops 2 zu spielen und so ein Scheiß. Und das ist eine Katastrophe. Aber so ein Live-Kommentare für zwischendurch, da hab ich überhaupt kein Problem damit. Also, ja, es ist weniger so das Thema. Jetzt schauen wir mal, vielleicht stellen wir uns nicht ganz so beschissen an, verdammt nochmal. Lalalalalala, get the D, get the D, motherfucker, get the D. Babababababab, fuck. Bei dieses Freefall werde ich natürlich auch weitermachen, nur jetzt erstmal wieder ein bisschen Waffenspiel. Wie gesagt, ich will nicht dauernd immer das gleiche hintereinander aushauen. Wenn nicht das gleiche so, dann willst du mich doch verarschen, alter. Sondern halt immer das gleiche, ich möchte schon ein bisschen Abwechslung haben. Mal wieder Waffen spielen, mal wieder das, mal wieder das oder das. Also, ja, ist ein bisschen... Ja, so ein Durcheinander und so. Aber damit kann man leben, oder? Wow. Nice. Hey, get the D. Excuse me, was ist denn das für eine Scheiße jetzt? Ah! Ich will doch einfach nur ein Host haben. Ich soll dafür keinen Host haben. Warum kann ich eigentlich nichts Schönes in meinem Leben haben, ha? Fuck you. Vorher. Ah, nee. Ah, okay, den Hitmarker kriege ich dann auch später mal. Das ist schön, die kriege ich dann im Nachhinein geliefert. Das ist mit Nachlieferung. Finde ich nice. Soviel zu eurer Viererleitung. Ihr kennt mich mal, Treyarch. Ganz gern am Arsch kitzeln, alter. Ich krieg den Hitmarker nach dem Schießen, alter. Das ist wirklich Black Ops 2. Zurzeit sehen wir scheiße viel Computerspielerei. Ich hab mir jetzt ziemlich viel geholt, jetzt vor einem Wochenende Counter-Strike Sale war. Also wo alles mit 75% war. Jetzt hab ich mir jedes Counter-Strike geholed. Jetzt hab ich mir eh wieder eine Zeit lang was zu tun. Aber ich hab nicht wirklich gepockt, dass ich's hochladen, weil, keine Ahnung. Es wär irgendwie zu und durcheinander, weil ich auch dann nicht immer das gleiche Counter-Strike spiele und im Endeffekt wär's dann immer irgendwas und im Endeffekt ist der Kanal der kompletten Durcheinander und hab ich wieder keinen Bock drauf, dass es wieder so wird. Ja, sehr schön. Es ist ein Traum hier. Hallo. Get the dick up. Yes. Ach Gott, hat er die Verbindungen immer, hat er wirklich... Oh, der Scheiß. Es ist schon so ein bisschen zum Kotzen und so. Ja. Ja, okay. Dann machen wir's so, oder? Dann schießt du mich ab und ich dich nicht. Das hört sich doch noch was an, was mir Spaß macht. Bye, Gott. Wenn der jetzt daneben geschossen hat, also wenn ich jetzt daneben geschossen hat, fick dich. Fuck. Wir sind trotzdem erster... Wir sind eigentlich meistens erster. Ich weiß nicht. Ich spiele aber auch meistens gegen die kompletten Vollspachsen, also kommen wir dann auch wieder nicht zu gut vor hier. Hallo. 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 Okay. Komm schon, alter. Hitmarkerhausen. Willst du mich eigentlich verarschen, Alter? Jetzt bring den hier um. Verdammte Scheiße. Yes. Jetzt bin ich wieder zurück... Ja, jetzt bin ich wieder zurücksetzt worden. Ah, fick dich. Wo ist der andere? Ha? 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 Wie gesagt, ich nehme jede Runde Waffenspiel her, die ich aufnehme. Ich habe noch meistens ziemliches Glück. Und deswegen quenne ich auch meistens jede Runde. Ich weiß nicht. Außer wir verlieren da jetzt uns. Wupp. Beste Killcam ever! Ich hoffe, es hat dir gefallen. War jetzt nicht so besonders hier, aber ich glaube, war ganz in Ordnung. Hätte beschissen sein können. Letzte Killcam. Also, ihr seht ja wieder nicht, weil der Scheiß im Nachhinein aus dem Theatermodus ist. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute!